Moin Leute und herzlich willkommen zur letzten Folge hier beim Skialpin Racing 2007, natürlich nur in der Amateur-Liga. Nächste Folge geht es natürlich weiter mit dem Aufstieg, den wir hier am Ende dieser Folge schaffen werden, zur Profi-Liga. Und, denn ich weiß gar nicht, ob hier diese Weltmeisterschaft noch in die Gesamtwertung mit reinzählen. Wir können uns das ja mal angucken, denn das sind die letzten vier, die über sind. Wir haben jetzt knapp 88 Punkte Vorsprung und da werden wir danach nochmal raufschauen. Jetzt geht es los mit den Weltmeisterschaften. Das Saison-Highlight, das ist natürlich bei der Profi-Liga, wird es natürlich noch extremer sein, weil man da halt viel mehr Weltcup-Rennen hat und am Ende dann diese vier Weltmeisterschaftsrennen. Aber das ist extrem wichtig, dass wir hier gut sind und dass wir zumindest in der Abfahrt und im Super-G hier den Sieg holen und im Riesenslalom, denn vielleicht auf das Podest und Slalom, na gut, da ist alles möglich oder auch nichts. Ja, wir starten hier als letzter und das ist das Gute, dann können wir direkt mal gucken, wie die anderen unterwegs waren. Los geht's, unser Durchgang. Es gibt ja nur einen Durchgang hier bei der Abfahrt und beim Super-G auch. Und ja, holen wir uns Gold. Schöner Sprung, 63 Meter. Das ist eine gute Länge. So, leichter Vorsprung, aber nur ganz, ganz leicht. Da kann man sich noch nicht drauf ausruhen. Uh, fast der Fehler. Das wäre es dann gewesen wahrscheinlich mit dem Sieg. Da haben wir Glück gehabt. Und weil es so knapp war, war es noch umso besser. Sechs, naja, sechs Zehntel Vorsprung, immer nur noch. Also, äh, ich denke dann immer, oh, wir haben hier vier Sekunden Vorsprung oder so, aber das ist immer so knapp. Kann man echt kaum Fehler machen, da muss man immer eine recht gute Linie haben. So, und nicht mehr lang. Jetzt nochmal ganz kurz steil hangen und dann ab durchs Ziel. Letztes Tor und springen wir ins Ziel gegen den Banner und das ist der Sieg. Also, Weltmeisterschaftssieg Nummer 1 in der Abfahrt. Und das Problem ist, es wird nicht einfacher werden. Ja, 29,93, ganz knapp. Sehr, sehr schön. Also, das ist der Sieg bei der Meisterschaft und das ist immer ganz, ganz wichtig. Da können wir gleich mal sehen, was es gibt, dieses eine Rennen. Das lohnt sich nämlich. So, einmal 500 Erfahrungspunkte, 6.000 Euro. Und weil es die WM war, nochmal 1.000 Erfahrungspunkte und 5.000 Euro dazu. Doppelt hält besser. So, und nach dem nächsten Rennen können wir sogar, sind wir sogar bei Stufe 10. Da können wir dann mal ein bisschen Geld investieren und uns einen neuen Helm besorgen. Für, weiß ich gar nicht, 40.000 oder was der kostet. So, aber jetzt wollen wir erstmal weitermachen mit dem Super G. Und auch da ist das Ziel der Titel. Und wenn wir den Titel auch geholt haben, dann können wir eigentlich ganz befreit in das Slalomrennen gehen. Da erwarte ich mal gar nichts. Und auch ein dritter Platz, also Treppchenplatz hier bei dem Riesenslalom, sollte normalerweise drin sein. So, auf geht's. Superstart, 100%. So, weit rausgekommen. Boah, ist das mies. Eieiei, und dann noch die Lecks dazu, aber gerade noch Grip bekommen. So, da musste ich extrem reinlenken, damit wir hier die Kurve danach besser kriegen. Das war zwar ein bisschen Risiko, aber hat sich ausgezahlt. Aber knapper Rückstand. Boah, wie bitte? Und dann fünfter und noch schlechter bei drei Zehntel. Wie mies ist das denn? Also, jetzt müssen wir richtig kämpfen. Das war ganz okay. Und das ist die Führung. Und zwar deutlich. Also, das hat sich richtig gelohnt, da der Sektor. Da haben wir wirklich nichts falsch gemacht. So, und das letzte Tor. Und rein ins Ziel. Jawohl. Also, zum Ende hin doch ziemlich deutlich, aber am Anfang war es ja richtig knapp. Sauber. Also, das ist der zweite WM-Sieg. Bisher alles optimal. Und das müsste jetzt auch zum Level abreichen. Also für Stufe 10. Und das gibt natürlich auch wieder richtig viel Kohle. 500 Erfahrungspunkte und nochmal 1000 da drauf. Und jawohl. Stufe 10 haben wir erreicht. So, da können wir mal hier und die beiden. Ich weiß gar nicht, warum ich dem Slalom immer noch Punkte gebe. Naja, was soll's. So, dann gucken wir mal in den Shop. Also. 82.000 haben wir, oder? Wir holen uns richtig geile Shia noch. Die Anzüge sind nämlich ziemlich teuer. 127.000. Das ist ein bisschen heftig. Die Shia. Oh, die können wir bezahlen. Aber so gerade. Welchen nehmen wir? Ja, sollten schon die Besten sein, ne? Handhabung. Ja, dieser eine Punkt. Geschwindigkeit ist auch egal. Nehmen wir die von Bodie Müller. Uiuiuiui, da ist die Kohle weg. Da ist die Kohle weg. Aber wir sehen, Verschlechterung der Reibung minus 9. Geschwindigkeitvorteil und Handhabung hier über 40 dazu. Also, das sieht gut aus. Aber das sind halt Abfahrts- und Super-G-Shia. Also, da werden wir jetzt bei den nächsten beiden Disziplinen nicht viel von merken. Aber dafür dann, wenn wir in der Profiliga sind, bei der nächsten Folge. So, jetzt wollen wir erstmal wachsen. Trainieren. Ja, und dann geht es ab zum Slalom-Wettkampf. Und ich bin sehr gespannt. Also, wir werden hier wieder Risiko gehen. Das macht einmal mehr Spaß. Und das ist, also, ja, wie gesagt, lieber einmal Erster als immer um die 20 rum. Und irgendwann werden wir mal ohne Fehler durchkommen. Oha, das ist gefährlich. Wenn man da ins Fliegen kommt, oder ins Springen vielmehr, da kann man nicht lenken. Da muss man den Tempel rausnehmen. Uiuiuiuiui. Das war aber nah aneinander. Also, nicht ganz einfach hier die Strecke. Was sagt der Rückstand? Ah, knapp drei Sekunden. Wäre jetzt nur eine Sekunde, wäre der Fehler nicht. Aber da geht noch was. Und da war so ein Leck dazwischen. Scheiße. Der war natürlich jetzt doof. Also, ein Plätzchen sowieso nicht. Aber das Treppchen wird es wahrscheinlich nicht mehr. Aber selbst wenn wir hier ins Finale kommen, in den Finallauf, wäre es ja auch schon mal nicht so schlecht. So, und da ist noch einer, der ist ganz doof. Und ins Ziel. Oh, sechs Sekunden. Also, das wird wahrscheinlich so um Platz 20 rum sein. 17. Ja, jetzt müssen wir ein Gas geben. Also, äh, erste, Platz 1 bis 3 oder gar nichts hier jetzt. Also, auf geht's. Ja, das war's schon. Boah, was denn, ey? So, komm, jetzt hier. Volles Risiko. Scheiße. Jo, und das war's. Ärgerlich. Ärgerlich. Naja, lässt sich nicht vermeiden. Also, da muss man halt auch mal Risiko gehen. Immer in einen Weltmeisterschaftspunkt mitgenommen. Wir können ja auch mal ganz kurz gucken, wie sieht denn der Gesamtweltcup eigentlich aus? Oh, der Stahn hat hier gewonnen. Der ist natürlich unser Konkurrent. Aber wir haben natürlich beim Super G und auch bei der Abfahrt gut vorgelegt. So, können wir ja mal gucken. Rangliste. Ja. Also, wir brauchen hier eigentlich jetzt nur noch 13 Punkte. Und dann haben wir's geschafft. Das sieht doch gut aus. Und dann, wenn wir, dann haben wir in der Gesamtwertung gewonnen. Dann haben wir hier drei Meisterschaften gewonnen. Also, beziehungsweise noch sind's zwei. Aber ich denke mal, dass wir hier in der, äh, im Riesenslalom gute Chancen haben. So, ich bin sehr gespannt. Und deswegen geht's los mit dem letzten Event. Die Weltmeisterschaft hier im Riesenslalom. Erster Durchgang. Oh, Manfred Molk ist erster. Da hat der Stahn hier Fehler gemacht. Das heißt, die Tür für uns ist offen. Wir müssen nur noch durchgehen, ne? Also, auf geht's. Oh, shit. Das war zu viel Risiko. Ah, wie lange man da in der Luft ist. Aber Glück gehabt. Und wir sind wieder dran an der Zeit. Oh, jo, 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 jo. Glück gehabt, dass das keine Zeitstrafe gab. Das war gerade noch im grünen Bereich. So, hier passiert nebenher so viel. Und ab durchs Ziel. Ja, das ist die Führung. Und da wär sogar noch mehr drin. Das heißt, wir können uns jetzt vielleicht sogar so ein bisschen erlauben, noch einen Fehler zu machen im nächsten Lauf. Und trotzdem sollte es dann genügen. Ja, guck mal. Jetzt ist der Stahn doch hier wieder vorne. Wie kommt das? Ich dachte, der Molk wäre erster. Hm. Keine Ahnung. Na gut. Ist aber auch egal. Auf geht's. Zweiter Lauf. Und jetzt heißt es hier, Deckel drauf machen und den dritten Weltcup-Sieg oder den dritten Meisterschaftssieg mitnehmen. Oh, 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 oh. Und jetzt ist die Führung, aber das hat Zeit gekostet jetzt. Aber besser als zwei Sekunden Strafe zu bekommen. Und ist der Sturz. Sturz! Man kann schon von Glück sagen, dass es keine zwei Sekunden drauf gab. Aber auch das kostet natürlich Zeit. Der erste Sturz und dann im zweiten Lauf hier bei der Weltmeisterschaft. Das ist doch bitter. Jetzt müssen wir voll auf Risiko fahren. Nein! Und scheiße, Mann! Das lief natürlich nicht gut. Eie, hätten wir jetzt die beiden Tore noch gespart, dann wären wir noch vier Sekunden schneller. Dann hätten wir 1,49. Das wäre zumindest dann Silber gewesen. Ah, das ist ärgerlich. Na gut, aber immerhin, Abfahrt und Super G haben wir uns geholt. Das war jetzt ziemlich bitter, dass wir hier gestürzt sind. Das hat nämlich auch eine Menge Zeit gekostet. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber trotzdem, Gesamtwertung haben wir hier erfolgreich als erster noch gesichert. Denn so viele Punkte haben wir noch mitgenommen. Ja, 6.370 Euro. Nehmen wir mit in die nächste Saison. Wir gehen auch direkt mal rein. Ja, hier, Gesamtwertung, erster Platz. 20.000 und 2.000 Erfahrungspunkte. Das lohnt sich. Ja, und Zulassungsbedingungen für die nächste Liga haben wir ebenfalls erfüllt. Das heißt, wir können hier jetzt ab in die Profiliga. Wir sehen hier schon 11 Strecken Bayer Junior, 20 Bayer Amateur, 32 Bayer Profiliga. Und wir werden hier so oft die Profiliga spielen, bis wir den Gesamtweltcup gewonnen haben. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, zweite Saison klingt realistisch. Ja, also, wir kümmern uns dann in der nächsten Folge darum, dass wir hier uns noch equippen, so ein bisschen, uns einen neuen Trainer holen, einen neuen Wachser. Und dann haben wir als erstes Event den Riesenslalom am Sölden. Wir können noch mal ganz kurz schauen auf den Kalender. Hier haben wir ganz viele Weltcups. Hier haben wir auch ganz viele Weltcups. Und ganz am Ende dann wieder die vier Meisterschaftsrennen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid hier bei Let's Play Ski Alpine Racing 2007. Macht's gut, Leute. Gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge beim ersten Wettbewerb hier in der Profiliga. Bis dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge beim nächsten Mal.